Ich hab irgendwie Bock auf ballern, aber alleine ballern ist nur halb so gut. Trifft sich gut. Ich hätte auch kein Problem auf noch jemanden. Auch wenn es mir jetzt nicht primär ums, äh, ballern geht. Schade, aber naja, dann ballern wir das trotzdem mal durch. Dürfte für beide spaßig werden. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. We should team up. Okay, if that's how you feel, we'll go together. Als ich hier alleine durchgelaufen bin, da hab ich jedes Schwein weggeballert. Aber Fäuste sind leider keine Menschen. Immer wieder gab es Grenzen. Ich hab so oft vor Hindernissen gestanden, bei denen ich gewusst hab, scheiße man, hier müsste man doch irgendwie durchballern müssen. Das stimmt, aber Gott sei Dank können wir Indiana Jones and the Fate of Atlantis ja auch zu zweit bestreiten. Also, lass es mich so sagen, es ist kein Koop-Modus. Aber statt alleine mit sich selbst zu reden, kommt Sophia mit und erweitert nicht nur das Laune-Spektrum, sondern auch die Möglichkeiten. In diesem Zimmer, das man im Übrigen nur zu Gesicht bekommt, wenn man die Dame mitnimmt, muss man sich eine der Steinscheiben unter den Nagel reißen. Nur blöd, dass man dem guten Alan Trottier, das Artefakt aus Atlantis, nicht einfach wegnehmen kann. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass es trotzdem seinen Besitzer wechselt. Nämlich ballern. Nein, das nicht. Ich meinte natürlich eine Ablenkung ballern. Sophia ballert den Mann einfach mit hohem Geschwätz zu, während Indy sich ein schmuckes Kostüm überballert. Der Depp hat nämlich Angst vor Gespenstern und zack bin ich eins. Mann erschreckt, aus dem Zimmer geballert und die Scheibe ist meins. Genau. Genau. Oder aber, man merkt sich ganz genau, was der Mann vor dem Hotel so von sich gibt. Dann kann man als Sophia nämlich so tun, als ob man eine echte Seherin ist und den Stein ganz, äh, normal abstauben. Und für alle, denen das zu wenig geballert ist, keine Sorge. Man kann Sophia fast von Messern abballern lassen, ein Heißluftballon wird auch abgeballert und auch auf dem U-Boot wird geballert. Auch wenn das alles eher zum Gucken und nicht zum Anfassen ist. Weißt du, was ebenfalls nicht zum Anfassen, aber trotzdem wunderbar ist? Was denn? Die Musik. Oh ja, die ballert richtig schön rein. Auch wenn manche Songs wirklich das Trommelfell wegballern. Ich mein, hör doch mal. Okay, es gibt Ausnahmen. Dennoch ist es beeindruckend, wie nahtlos der Score sich zur Marke Indiana Jones einfügt. Die verspielten Arrangements spiegeln gleichzeitig das mystische und verträumte der fiktiven atlantischen Kultur wieder. Gleichzeitig haben die langsamen Stücke in der kaputten Stadt selbst durch den Takt und die Moll-Tonart etwas Bedrückendes, das die Tragödie von Atlantis perfekt widerspiegelt. Nicht zu vergessen, wie gut die Musik der Bösen reinballert. Nicht nur wirkt das hier unfassbar böse. Wer hinhört, erkennt in so gut wie allen Songs der Gegner eine Marschmelodie wieder. Wenn das nicht mal für die Nazis steht, dann höre ich auf zu ballern. Und das wollen wir ja nicht. Klar, einen Koop-Modus hat Indiana Jones and the Fate of Atlantis nicht. Aber hey, Sophia Hepgood ist tatsächlich gut geschrieben, sodass es wirklich manchmal den Eindruck erweckt, jemand anderes steuert sie. Im Spiel kann sie durch ihre Art nerven, gerade weil sie so eine Type ist. Aber sie nervt spielerisch nie, ist im Gegenteil sogar von enorm großer Hilfe und das auch, wenn ihr den Teamweg nicht gewählt habt. Denn wie bei den anderen Routen bekommt ihr zwar auch nur hier bestimmte Wendungen und Bereiche zu Gesicht, aber ihr verpasst auch nicht viel, da viele bekannte Schauplätze einfach unterschiedlich aufbereitet werden. Und ganz zum Schluss, da landen sowieso alle wieder an der gleichen Stelle vor diesem Tor und erleben ein packendes Finale, das für Rätsel, Baller und Teamfreunde gleichermaßen spannend ist. Und auch Sophia und Indy wieder zusammenführt. Spätestens hier lernt ihr sie vollständig schätzen, vielleicht sogar mehr, wenn ihr im Teammodus schon eine ganze Menge zusammen erlebt habt. 1992, in einer Welt, in der noch nicht einmal die Echtzeitstrategie so richtig existiert, bietet Indiana Jones and the Fate of Atlantis Abwechslung seinesgleichen und Entscheidungen, die nicht nur das Spiel, sondern auch die Geschichte maßgeblich beeinflussen. Gleichzeitig ist es etwas Eigenes, das nahtlos in einen bestehenden Kanon hineinpasst, diesen teils sogar überflügelt. Und das können nicht einmal heutzutage die meisten Spiele von sich behaupten. Und damit gehört es zu den besten Titeln aller Zeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020